Ja, das stimmt! Das ist mal jetzt... Nein! Ihr, du musst sehen! Ach, wir sehen mal die Brüder. Wer kann nicht mehr? Junge, was kann ich denn? Er hat noch eine Frage kurz nach hier. Alter! Ah! 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 Ja, ich muss den Friesen machen. Das ist der letzte Mal. Ja! Ah! 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 Du musst auch nicht so nah dran, bitte. Bei der Fekte. Ja, wo? Ah! 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 Das ist ja ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht was du hättest. Genau die Scheiße. Na toll. Ah ja, mein Knochen tut schon richtig. Ah! Ah ja, genau. Du warst schon aufgemacht. Das ist so wie vorhin. Ich bin richtig drauf. Das ist die Werbung. Das ist ja das Nervenkipte. Oh! Du legst meine Augen hier hin. Guck mal, du siehst hier. Das tut richtig weh. Das ist alles reingekommen. Ja, ey. Ja, gefuckt. Oh! Ein Stück mal weg. Ja! Das spielt so komisch ab. Und noch eine Runde. Oh! Immer hier oben. Oh! 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 Vielen Dank.